Ja Hallo, Asserman Die ekligen Geräuschen von Sonic und Robert, sagen wir hallo Sonic hat zwar kein ekliges Geräusch gemacht, aber egal Seine pure Existenz ist ein ekliges Geräusch Wissen wir schon mal, wo der erste Troll hinsieht? Alles klar Ich bräuchte mal Wolle Meine Bräuchte ich sowieso nicht Spätestens in der zweiten Folge siehst du das dann Ah, egal Der erste bist ja auch nur gespannt Ja, weil da geht's In der ersten war ich noch ambitioniert Warten wir erstmal hier Was wollte ich gerade machen? Sooo Sonic, kann ich mit dir zufällig rote Dings handeln? Rote Pflanzen Na, willst du mir die verkaufen? Weiß nicht, dafür gibts mir ja was anderes, wenn ich den Stack davon geb Ich glaub so funktioniert Tauschhandel Götter vielleicht, wenn ich die in unfassbaren Massen brauche Um überall meine Propaganda, meine schönen Äh, Kleidungsstücke auszuhängen Die ich daraus bauen werde Okay Kleidungsstücke In Anführungszeichen Welcher? Die hab ich übrigens nicht mitgesagt Weißt du, das muss sehr verwirrend aussehen, was ich hier baue, aber ich hab nen Plan Ja Wenn das irgendwann fertig ist, dann siehts auch so aus wie aus dem Plan Dann siehts auch aus wie ein Plan Dann siehts gewollt aus, dann siehts also quasi nicht aus wie Robert Ooooooh Nein, das ist alles nur Ironie bei uns, das ist normal Ja, genau wie Robert Okay, Toni, ich hab nur schon liste Pfff Pfff Ja, du bist ne Nein Als Maul, Sascha Ooooooh In einem durch hier, mei Warte mal Derweil Könnten wir mal kurz nebenbei Oh, bitte nicht Na bitte nicht Da tippt er schon Pfff Okay Das brauchst du nicht, ey Doch, muss ich Nein, bitte nicht Jetzt noch So, ich bin auf Ebene 13 Easy So, geht das schon ins Tripmine, ey Ey, ich hab halt direkt in meiner, in meinem Haus hab ich jetzt nen, äh, Keller gebaut, so ziemlich Ein Keller bis Ebene 16 13 Ja, 13 Ja, sowas brauch ich, du, komm her Warte, ich hol du mal ein zweites Du kommst gleich mit Ein bisschen, ein bisschen, ein wenig Wir waren noch vorhin ja viel, da musst du das andere ringen Ist das andere ringen O, ups, ja fast richtig platziert Hm Hm Noch mehr, so Leute, ihr merkt schon, wir fangen hier richtig klasisch an Das ist es ist normal Man muss erst mal basic bauen Erstmal n' Haus Erstmal n' Haus Erstmal ne Villa Erstmal n' Villa Und dann ist die season zu Ende ich habe vergessen dass ich ja mein wasser immer noch nicht unten platziert habe das heißt unterfallen ist keine idee habe ich echt keins naja dann nehmen wir halt jetzt wird schon wieder dunkel euer scheiß ernst was gibt's denn noch nicht noch nicht ne aber wie sich den ganzen sehr auspumpt jetzt gar kein water mehr aber nicht verstanden das war eher auf strombezogene wort denn für den strom ein wurden leider nach dem anderen das hat man die elektriere wachladen oben bei Gott was mit mir und und nein das ist noch so weit bis dahinten ich weiß nicht ob ich es überleben der ist noch so weit ich muss nicht halb in der luft schwindeln ihr habt wenigstens irgendeinen sinn kühe ich brauche keine schweine ihr habt wenigstens irgendeinen sinn ich kann auch milch von euch abzapfen geht's mit dir tony aber ich auch karavane hier gute kuh karavane ich wünschte es wäre eine bären karavane könnte ich bären verkaufen ich war zum dritten bisschen trottel ehrlich ja gut was ist denn ocelot hello oh ne spinne ich hasse dich gewinnt ich baue grad zum dritten dreitausendsten mal die fucking dritten dritten sind einfach nur in vierer ja lass mich in ruhe zum dreitausendsten mal ne fucking treppe die treppe die treppe die treppe mama sieht nicht schön aus oder was ja schon aber ich komm halt dann nach einer zeit das ist mein problem wo kommst du hoch? wenn es eine treppe ist solltest du dir doch eigentlich hochlaufen du kannst keine treppe bauen habe ich das richtig verstanden oder nicht? ich versuch gerade eine treppe zu bauen das ist jetzt schlecht warum? das sehe ich genauso ne äh ich brauch mal Holzex schiffst du den Baum nicht? lol der hat ne komplette Lederrüstung der Wichser welcher Typ nur mal Huren zu Junge Feierabend jetzt mal Junge Barsch kaputt ey keine Wörter ähm oh Gott viel Au Kaktus dürfen wir ja gar nicht reden was denn das ja du nicht so jetzt aber du oh Gott der hat noch nen Creeperfreund noch ein bisschen weiter nicht mein Creeperfreund mein Creeperfreund mein Creeperfreund äh machen wir hier komm schon gib mir noch ne Schallplatte Bro roll dann die Schallplatten von der Dropshops ah der Wasser ne du musst äh ein ein Skelett muss einen Creeper töten erschießen oder so dann kriegst du ne Schallplatte Schallplatte die Schallplatte quasi ja schrie ach joh verrunden abbaun so mit wird drin oder was ist äh nö rechnen und weg warte mach ich das einiges klick das ist im Stress ne ah joh ne was joh ich hab keine Spielzorke joh 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 sieht man von euch mit dem Sägentool aus ja äh du musst eine Säge bauen äh die normalen Blöcke kannst du mit der normalen Eisensäge machen für die anderen bräuchtest du dann halt äh Diamant ja ganz später ja ja ich will quasi einen ausgehöhlten Holzblock machen damit ich so quasi ein Fenster habe geht nicht na klar geht das ich seh doch die Frames hier äh es gibt welche die sind von Buildcraft die sind quasi damit äh Dings du müsstest die aus einzelnen Blöcken bauen und die richtigen Frames die sind von Buildcraft die kannst du quasi auf die Rohre packen damit das Rohr versteckt durch die Wand geht genau mhm alter du dreckiges Stück Scheiße Kleber alter oh was och ne doch bist du halt echt doch jetzt kannst du wieder Tagwein da sind ein paar Birkenbäume dann kann ich mal weitermachen mit meinem Haus lol wo kommst du denn hier rein du Kleider wo kommst du denn hier rein du Kleider komm und du oh auf Bäumen zu laufen ist nicht geil im Dschungel er ist voll geil ja aber ne wir spielen auf hart da haben alle Skelette Eisenrüstungen an ja merkste was jetzt Teddick ist ja sonst langweilig ja das war bei Sascha stimmt und ich weiß es war keine Eisrüstung sondern Lederrüstung bevor das irgendwer reinschreibt in die Kommentare aber ich fand's dramatischer so ach so das ist halt schon traurig wenn du dein Leben interessanter machst b du lassen 85 so langweiligen Leuten ist langweilig den haze aus bl to ganze soja dann warten wir jetzt autorisch iPhone pathogen und dann quasi dann Nr und erster erreichbar und schon wieder Regen und dann geht es um das kann ich tatsächlich mal neu machen das wird wahrscheinlich nicht reichen wo sie schütteln alles am alles am stahlverhalten alles der Szenen oder gefordert laufen uns so weiter los was ist das so was heißt Rüstung auf Englisch am Amor Amor Kachabar oder Gotteliebe das ist natürlich peinlich es gibt nicht mal diese blöden Amor Stände hier in dem da gibt er die Amor Stände sind erst viel später reingehen als Jahrweil gemoddet kannst du sie so ja die Heizbar das Amor Rack könnte sein ja aber mit Amor finde ich überhaupt die sind von Bibliocraft das ist in Take It Light nicht drin öde ja Bibliocraft ist so wie es geht er will denn sowas haben oder du sollst die Kastelrüstung tragen und nicht irgendwo an Ständer hängen ha hei an Ständer hängen wow irgendeiner musste der sagen ist richtig tack mann it's raining trees hallelujah kann man die Heizbarrüstung auseinander ich guck mal kurz hier gibt man jetzt ich kann dafür die Leute die Take It nicht kennen dann schreibt man hier unten irgendwas rein und dann wird es hier angezeigt dann klicke ich mit links klick drauf wie es gebaut wurde als ob du hier reinkommst was ist dein Problem ist zu laut es regnet in dem Fall was man daraus bauen kann zum Beispiel kann ich nicht hören es ist so dunkel ja man kann hier eine Wall Jumping Boots machen wer wollte dich schon immer wie heißt die bei Hotz die komische Heilungstussi die an der Wand langslidet das ist keine Tussi das ist Lucio Bernhard wer wollte noch nie wie Lucio an der Wand langsliden und abspringen davon hier ist es möglich mit Wall Jumping Boost 120303 wenn sie jetzt anrufen und gleich bestellen da kommen sie noch zufällig Moment du sitzt nicht ein Stein zufällig dann können sie ein Stein sein ok ah ok Trainings dummy sehe ich hier grad Sascha übrigens vielleicht willst du ja sowas haben kannst du zumindest drauf schießen Sinn ne mir stehs mal mit hier hör mal Alter wenn ich ich steh sogar noch im Regen Hurensohn hau ab mein Keller Alter Robert wie oft sagst du das jetzt noch das Lieblingswort von Robert ja schon nein das ist an einem Namen gar nicht bei Tony verwenden ah den Verzeihbodenbogen krieg ich den Verzeihbodenbogen nein ich bin voll hallo Herr Creeper ja glaubst du ich seh dich nicht du bist der einzige für mich nö tschüss ich geh dahin du musst mal meinen gehen hm hm seh ich den Sonnenaufgang nein 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 ach Gott ja weg her mach den weg ne Gott mach weg ah Sonne geht auf jawoll ich sehs im Osten geht die Sonne auf im Süden geht die Sonne auf im Süden geht die Sonne auf im Süden geht die Sonne auf ok im Westen wird sie untergehen im Norden ist nie zu sehen Aua 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 erschreck mich doch nicht so du dummes Kich das wird noch lange dauern bis dieses Ding hier steht was es werden soll also ich brauch sehr viel Kohle und Stein ja deshalb baue ich auch erst die zweite Etage im unteren Gebäudeteil damit ich wenigstens oben so ein schwebendes Haus das ist so ein Baum nein das wollte ich nicht sein ne 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 das passt nicht also ich fände das schön aber ok ich nicht sonst lieber die richtigen Brickstones ich ich hab kein Problem oh hallo Spiders ich wollte sie denn was sagen die Hütte sieht ganz schön scheiße aus auch wenn es dir grad ziemlich mit dem Herzen weh tut das merken wir meine meine ich ich hatte nämlich vielleicht ein Stor mit keinem Stor nein schwarz ja doch wenn ich es selbst finde dann ja sie meine Hütte sieht noch nicht aus wie eine Hütte aber sie wird dann irgendwann mal so aussehen Wollte es höll ich nicht Hütte nennen lebih bist du dir doch sicher dass sie das so wird? ja wird sie also ich hab sich halt schon mal gebaut ich hab mir das mit Toni mal angeguckt ich hab sie halt schon mal gebaut von daher weiß ich halt wie dir geht da kann ja nicht mal kreativ sein sondern macht mir etwas mal wann wenn es halt richtig richtig never change the running system ja wenn es halt richtig fett aussehen Höич Was denn überhaupt? Ich hab nicht so aufgepasst, worum gehts Einzige was öde ist, ist ne Einöde Und zwei Öde Oder die Ödnis Oh Gott, ich möchte ein anderes Minecraft LP starten Mit anderen Läufen Bitte Hör mich raus Ja gut, dann sind wir nur noch die coolen Kids Ich bin ein Star, hör mich raus Ich bin ein Star Äh, ne Aber du, oder was Günther, jetzt kümmer dich mal besser um das Feld Dass du keiner bist, ja Wir sind hier aufsichtig das Feld die ganze Zeit Wir sind hier nicht im Zeitplan So, jetzt kümmern wir nicht weiter Unter Aufsicht der ganzen Creeper Äh Creeper, der hier Endermänner Jetzt stellt er sich auf meine Treppe, der Drecksack Äh Ach, das wird's ja lauter Oh mein Erstmal die Front bauen, weil die Front ist wichtiger als die Bleib vorne Ich hasse Creeper Scheiße, jetzt hab ich keine Fakten Die fackern eigentlich nicht aus, wenn die im Regen stehen Kannst du noch atmen? Hier sieht gar nicht Achso, dankeschön Dankeschön Ah Leute, hab ich noch Doch, bin ich Achso Alter, so langsam wird's zu spät für mich Ich weiß gar nicht mehr, dass ich Fakten dabei habe Ich hab aber auch keine Wolle, ja die Wolle ist in der Truhe Mein Gott Ich würd uns sowieso nicht mehr so lange machen, weil ich noch morgen in der Film noch raus muss Hui Oh mein Gott, zwei Creeper, scheiß ernst So machen wir so wie vorher Nein So, jetzt muss ich irgendwo raufkommen Bitte, wie soll ich das machen? Ich glaube, die ich das machen Aber ich sah nicht Ach und Ge weg Ach du, was ist das denn schwarzen Stall? Das spinnt vorne Oh, ne, 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 weg damit, weg damit, weg damit Und? Ich war der Lava Ist das so smart? Ich glaub nicht Und das Jungle Wood machen, oder? Oh mein Gott Was für die Scheiße Oder? Fuuuck Ne, nicht Jungle Wood Ich muss das so machen Was hast du gemacht, Amy? Ich bin drunter gefallen und ich hab gedacht, ich sterbe, aber ich bin nicht gestorben Du Oh 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 Pfff Sascha stirbt Tu es Bitte eine für steam halbes herz vergiftet creeper schaffst du schon sascha stell dich nicht so ein halbes herz mehr als du brauchst das ist genau ein halbes herz was du brauchst ja genau weniger dann bist du tot ja ich hab rutsch dauerne hey kratzt hast oi 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 das war knapp und tschuldigung fürs rumschreien schlimm was gewähnt von dir was gibt's ja wohl nicht ok ich werd verhungern schon wieder molex wird's richtig gut bei dir hab ich gehört das ist Nummer 5 glaub ich ich bin einfach auf dem sommer gekommen und dann hab ich bis jetzt noch nie essenprobleme gehabt du bist gestorben weil du verhungert bist am anfang ja einmal aber noch nie essensprobleme ja noch nie noch nie einmal ist ja noch nie ich bin einmal gestorben danach hatte ich nie wieder essensprobleme das hast du nicht gesagt du hast nie essensprobleme gehabt richtig dann haltet dein maul joh wort eines geschlagenen mannes alles klar das maul report ist raus so hab ich davon noch einen i hope so gottseidank genau einen why you talking english mitten in der satz mitten in the sentence so so da sind wir am start ja günther du darfst jetzt deinem herrchen beim sterben ich schaffe in der ersten aufnahme gerade so mein haus progresse bei mir wird jetzt richtig hart geballer äh kommen jetzt mehr steine in den ofen büller baller baller jala Moment ich muss das erste hier mitmachen so ich hab jetzt noch ein herz wo haben wir noch gehen wir wieder hoch okay ich will durch den schleim sterben nicht durch hunger bitte nicht durch hunger komm schon doch nein das ist richtig ja das ist richtig ja winter ja ich mach dort weg was passiert wieder dort mhm super mhm oder fallen auch gedacht das wird ein richtig großes schlafzimmer hier okay mich ich hab vergessen meine Schuhe auszuziehen meine heißen Schuhe und deswegen sind die jetzt bei dem riesen Schleim wie die sind wir denn schon wieder rein Sonic dass du so krank bist dass du so krank bist hätte ich nicht gedacht aber ja ich bin echt schon hart erkältet muss ich sagen ich hab die Schuhe schon alles klar so jetzt hab ich halt bin ich an dem schleim sterben ja fuck schleim sterben so das ist übrigens ein riesenschleim so warte mal wieviel Sand hab ich denn hier schon gefarmt jetzt fahren wir schon mehr als du möchtest drei drei 3 Ich habe 3, 6 Was ich das übrigens mache hier mit dem doppelten Dach ist ganz einfach zu erklären, da muss noch was oben drauf Bist du nur im Kammel? Ich brauch da was rein Erstmal wieder Deathpoint Gebrauchen Rubber Warum kriege ich jetzt Rubber? Warum? Oh fuck Möchtest du vielleicht tauschen? Sascha, hast du den Rubber jetzt liegen? Ich glaube einen habe ich, ja Darf ich einen haben Ich habe zwar welche, aber die wachsen nur in, das sind nur diese riesigen Monster hässlichen Kackbäume Tatsächlich glaube ich aber, dass ich auch nur so einen habe Nein Aber ich bin mir nicht sicher Ich weiß, dass am Spawn welche war Honey, komm zu mir in den Dschungel, da habe ich welche Ich durchsuch mal den Dschungel Nach einem einzelnen normalen Rubberbaum Ja, da gibt es glaube ich welche Ah, wir sehen hier alles alles grüne, was wir hier am Horizont sehen bei mir, alles Rubberbäume Krrr ihr Liesler Und die Aufmerksamkeit Was hier ist En primo Ich habe dir viel zum Schwеля Policy Wolle Kniff Äääääähäh Was wollte ich gerade machen? Das weiß keiner So, das heißt, hier geht's später runter? God bless you, America! Apropos, Apropos, Amerika! Ähm, fuck you. Folge ist vorbei. Ja. Schon wieder? Ja. So. So. Und mein Haus ist tatsächlich... Oh nein. Ist noch nicht fertig. Scheiße. Scheiße. Ich hab die andere Seite vergessen. Dann geht's nächste Runde ans Street Siding. Alles klar, mit diesen Worten... Tschüß. Haut rein, Leute. Daaa.